Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Auf das kommende Gespräch und auf unseren Studiogast freue ich mich ganz besonders, denn ich kenne ihn seit vielen Jahrzehnten. Er ist, wenn man so will, das ist ein alldeutsches Wort, ein Tausendsassar. Er hat eine erfolgreiche Firma aufgebaut. Er betreibt eine Kleinkunstbühne und ist ganz nebenbei erster Vorsitzender des zweitgrößten Vereins in Mannheim, der TSG Seckenheim. Herzlich willkommen, Andreas Henssler. Andreas, wir kennen uns seit so vielen Jahren in unterschiedlichen Funktionen. Du meistens in Verbindung mit mir als erster Vorsitzender der TSG Seckenheim. Wenn ich sage, du hast ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, das ja 1982 seinen Anfang nahm. Jetzt bist du ja auch nicht mehr der Jüngste. Aber wenn man zurückblickt, ist es ja auch immer erweitert worden, größer geworden, teilweise Weltmarktführer geworden. Wie stolz bist du auf das? Ja gut, die Frage kann ich ganz klar sagen. Sehr, sehr stolz, dass ich das so hingekriegt habe, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Das ist die eine Geschichte. Der Anfang war eigentlich 1982 eher verhalten und nicht so erfreulich. Ich habe ganz riesengroße Probleme gehabt von Anfang an. Jetzt ging es rauf und runter. Aber es lag in erster Linie, das er im Nachhinein betrachtet, ausschließlich an mir. Ja, weil ich bin ja in Stuttgart geboren und im Schwarzwald groß geworden, im Hotzenwald genau genommen. Und die Mischung scheint ein bisschen kritisch zu sein. Und von dem her gesehen war es halt, für mich stand ich mir oftmals selbst im Wege, im Nachhinein betrachtet. Aber das Unternehmen blieb halt immer gesund mit X. Und das ist auch viel wert, aus heutiger Sicht sowieso. Ja, dein Papa hat dir geholfen am Anfang. Ja, ja, mein Vater war mit, ich habe von ihm eigentlich die Idee geerbt. Er war leitender Angestellter einer Dichtungsfirma und wir Kinder wurden großgezogen mit Dichtung. Wir haben im Kaufladen gespielt und haben mit Dichtung gehandelt. Also nicht mit irgendwelchen Süßigkeiten, sondern mit technischen Teilen, weil er immer einen Musterkoffer dabei hatte und so weiter. Und das war so ein bisschen mein erster Input. Und während dem Studium, ich habe in Karlsruhe studiert und habe ich dann für die Firma auch gearbeitet, bei der mein Vater Angestellter war. Und so kam ich zwangsläufig auf das Thema Dichtungstechnik. Ja, das hat mich, ich habe gesehen, da kann man Geld verdienen. Den Marktzutritt hatte ich eigentlich, das Know-how hatte ich schon relativ viel. Ja, und ich hatte natürlich meinen Senior im Rücken, der mir immer wieder helfen konnte in diesem Bereich. Und so haben wir, aber mein Vater wollte nie ein Unternehmen haben mit vielen Mitarbeitern. Als Kriegsteilnehmer, Einzelkämpfer wollte er das nie haben. Und deshalb war er von Anfang an gesagt, entweder wir machen es zu zweit oder wenn du etwas anderes willst, musst du das alleine machen. Kann man sagen, dass es fast schon in die Wiege gelegt wurde? In die Wiege gelegt wurde mir ein. Ich habe gerade vor kurzem mal Revue passieren lassen, warum ich das eigentlich alles mache. Manchmal hat man so Situationen. Und da war genau dieser Punkt war, es war immer das große Begriff Freiheit. Freiheit steht über alles. Und wenn ich heute meine Söhne da sage, oder meine Söhne motiviert habe, mitzumachen und sage, hey, Unabhängigkeit und Freiheit, das ist die große Überschrift. Und das ist vor allem, ob da brauchen wir nicht nach dem letzten Cent zu kämpfen und sonst was, wir müssen frei und unabhängig bleiben. Und das zieht sich wirklich, wenn ich das Revue passieren, durch alles, was ich gemacht habe, habe ich mich möglichst unabhängig bewegt. Und das ist unglaublich viel wert für mich. Andere machen das anders, aber für mich ist das viel wert. Heißt unabhängig in diesem Fall keine Schulden machen bei einer Bank als echter Schwab? So wenig wie möglich. Das ist natürlich nicht so, da ist man nicht so arg beliebt bei den Banken, aber so wenig wie möglich. Es gab für mich maximal goldene Finanzierung. Bedeutet 50-50. Und sonst habe ich nicht investiert. Und das bedeutet natürlich auch langsamer Wachstum. Das bedeutet keine, nicht nach den Sternen greifen. Das bedeutet aber solide, ruhig schlafen können. Das ist unglaublich viel wert. Du bist Diplom-Ingenieur. Ja. In welchem Gebiet? Ich habe allgemeinen Maschinenbau in Karlsruhe an der Uni studiert. Und das war eines meiner schönsten Zeiten, was Freizeit anbelangt. Aber im Großen und Ganzen ist das Studium eine gigantische Basis. Dadurch kriegt man jede Tür auf in jedem Industriebereich. Das kann ich auch jedem empfehlen. Das gilt mit Sicherheit auch heute noch. Mein Sohn, einer meiner Söhne, hat ebenfalls in Karlsruhe studiert. Und da standen sie schon im letzten Semester an seiner Tür und wollten ihn holen, einstellen und so weiter. Das gilt also heute auch noch. Also wenn man so ein Unternehmen aufbaut, und das vergessen die meisten Menschen draußen, gerade wenn dann irgendwann der Neid kommt, weil Erfolg da ist, weil man ein bisschen Geld verdient, dann heißt das doch zu Beginn auch oft arbeiten, arbeiten, arbeiten. War das bei dir anders? Wir haben zehn Jahre. Meine Frau ist übrigens meine erste Mitarbeiterin gewesen. Sie ist gelernte Krankenschwester. Das heißt, universell einsetzbar, wenn man das mal so sagen darf. Aber die hat wirklich, da habe ich einen absoluten Glücksfall, dass sie wirklich alles mitgemacht hat. Die hat von der Empfangsdame über die Verpackerei im Lager oder die Betreuung der Mitarbeiter, da hat sie wirklich alles mitgemacht. Und wir haben zehn Jahre lang Aufbauarbeit gemacht. Ohne Urlaub, sieben Tage die Woche gearbeitet. Und man muss sich so vorstellen, wir haben ein altes Haus in Seckenheim gekauft und in diesem alten Haus die Firma gegründet, mit Fertigung, mit allem drum und dran. Und da waren die ersten Mitarbeiter, wurden da eingestellt. Und es war am Anfang ein erweitertes Familienleben mit den Mitarbeitern, die wir da hatten. Zwei habe ich ja heute noch, sind ja heute noch dabei. Und das war ein Lebensabschnitt und eine Welt für sich. Da habe ich in Seckenheim überhaupt nichts mitgekriegt. Ich wohnte an der gleichen Stelle wie heute auch, also im selben Haus, was ich heute noch habe. und habe den badischen Hof, der heute auch mit meinem Leben bestimmt, nie beachtet. Das ist das Erstaunliche. Da sieht man schon, wie die Welt sich auch gedreht hat. Ich hatte da nur den Fokus, die Firma, die Familie, da sind die beiden Buden auf die Welt gekommen, die Familie, diese Aufbauarbeit zu leisten. Das war es im Grunde. Aber das tut man dann doch auch gerne, wenn man ein Stück weit ein Ziel hat. Das ist doch dann gar keine Arbeit, oder? Nur dann geht es. Begeisterung, Purmus. Man muss mit Herzblut dabei sein, man muss Begeisterung zeigen für die Sache. Und dann kann man auch alles wegstecken, was da kommt. Mir hat mal ein kluger Mensch bestätigt, ich hätte eine hervorragende Gabe, mich mit einem Ergebnis zu arrangieren. Ich habe irgendwie ein Mist gebaut und war nicht todunglücklich. Ganz einfach. Na ja, von Rückschlägen darf man sich nicht unterkriegen. Das ist genau der Punkt, weil die passieren im Berufsleben. Wenn es so gerade wäre, ich weiß noch, irgendwann hat mal ein Stadionssprecher beim Reitturnier gesagt, einfach kann jeder. Die Firma ist ja mittlerweile, muss man sagen, in Friedrichsfeld beheimatet und ist immer größer geworden und größer geworden. Ist das ein Automatismus, dass man größer wird, um bestehen zu können auch auf dem Markt? Ja, in jedem Fall. Stillstand ist Rückschritt. Man muss mit den Kunden mitwachsen. Wir haben heute 600 Kunden, über 60 Mitarbeiter. Und das waren die ersten 20 Mitarbeiter, das sind nicht mehr so Hürden. Die ersten 20 Mitarbeiter, das geht noch, die sind noch ganz familiär. Da sitzen wir noch abends zusammen, weil wir Abend essen, wenn es sich anbietet und sowas. Die nächste Hürde ist, kann man schon sagen, ist so bei 40 und dann wird es richtig ernst. Genau genommen, bis wir 40 Mitarbeiter hatten, war es noch sehr, sehr familiär. Aber das schaffen wir, packen wir heute auch nicht mehr. Das ist einfach zu viel. Ihr habt auch sehr viel, ich kann es ja verraten, mein Schwager arbeitet ja in deiner Firma. Deswegen weiß ich halt ein Stück weit was von dem Unternehmen. Ach so. Ihr habt ja auch immer Spezialdinge hergestellt, auch für die Formel 1 gearbeitet, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, das ist eine Besonderheit. Also wir haben uns nicht um die Großmärkte, großen Märkte gestritten mit irgendjemandem. Automobilindustrie oder Weißwaren. Große Stückzahlen ist nicht unser Ding. Wir haben ganz viel Entwicklungsarbeit geleistet mit unseren Kunden. Wir haben mit über 200 Kunden irgendwelche Geheimhaltungsvereinbarungen, wo wir Produkte machen, ausschließlich für diese Kunden. Das heißt, deshalb gibt es auch keinen Katalog oder nichts Besonderes, nur eine Dokumentation zwischen Kunden und uns. Wir sind mit Sicherheit an unzähligen Patenten auch beteiligt, die nicht bei uns laufen, sondern bei unseren Kunden. Und das ist eben, wenn man in der Dichtungsbranche unterwegs ist, ist erstmal die Anwendungstechnik gigantisch. Man kommt in jede Branche rein, weil überall, wo sich was bewegt, wird geschmiert und dass die Brühe nicht davonlauft, braucht man eine Dichtung. Das ist eine relativ einfache Formel. Und von dem her gesehen ist das eigentlich schon ein hochinteressanter Markt. Die Teile selber sind langweilig. Ja, ein ganz unsichtsagender technischer Artikel sind langweilig. Aber die Dichtungstechnik war eben der Start in diesen Markt. Heute, wir haben ja 2016 den Firmennamen geändert in Henssler Kunststoff und Dichtungstechnik. Davor hießen wir Henssler Hydraulik, weil wir mehr in der Hydraulik rumgeschwürzt sind mit der Dichtungstechnik. Die Kunststoffkonstruktionsteile, die wir heute fertigen, das ist das, wovon der Thomas, dein Schwager, spricht. Das sind in der Tat jeden Tag neue Sachen. Unglaublich herausfordernd. Von der Medizintechnik über Lebensmittelindustrie bis hin zum Rennsport eben. Das ist das, was wir bei den Automobilern machen. Ich war ja 15 Jahre lang Partner von Toyota in Köln, bis die 2010 dann einfach von heute auf morgen dicht gemacht haben. Und die knapp 1000 Ingenieure, da standen glaube ich 750 nachher auf der Straße, mehr oder weniger. Die haben sich aber überall verteilt. Und wir haben ganz viele neue Kontakte gekriegt zu anderen Rennstellen. Und da gibt es tolle Geschichten, die wir da erlebt haben. Ich erzähle eine. Und wir haben wirklich auch Sachen, tolle Sachen auch mitentwickelt. Wir haben Materialien gekriegt, die kamen im Paketchen aus den USA. Materialien, die es heute noch nicht auf dem deutschen Markt gibt, die wir verarbeitet haben, wo man irgendwie was experimentiert hat in der Formel 1. Und das war schon hochspannend. Das waren nicht Riesenumsätze oder sowas. Aber wir haben sehr, sehr viel gelernt. Und wir konnten eigentlich damit uns unglaublich freischwimmen in allen möglichen Bereichen. Weil wir einfach mehr wussten wie die anderen. Fertig aus. Aber es ist ja auch eine Riesenverantwortung, wenn man sich das vorstellt. Du machst, nehmen wir jetzt das Beispiel Formel 1. Und man weiß ja, welche Summen es geht, was passieren kann, wenn so ein Dichtungsring oder was auch immer es ist, wegfliegt. Das ist ja eine Riesenverantwortung. Und meine Dichtung kostet einen Bruchteil. Kann man kaum, nicht in Promille ausrechnen, was meine Dichtung an Wert darstellt an so einem Rennwagen. Also da kann ich die Preise noch so hochziehen. Das bleibt immer ganz wenig in der Relation. Das ist natürlich, klar, wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben eine technische Verpflichtung auch. Wir sind natürlich nicht so in der Gewährleistung unbedingt, weil wir gerade bei so Entwicklungsprodukten, da sind die Kunden auch immer mit dabei. Und ich muss auch sagen, da geht es überwiegend wirklich fair zu. Und einfach unter Technikern wird ehrlich und offen geredet, diskutiert. Wir hatten eigentlich in den fast 40 Jahren nie ein ernsthaftes Problem. Das ist eigentlich wichtig auch. Weil wir auch immer mit offenem Visier kämpfen. Da wird nichts getrickst. Wir sind Ingenieure und wir wissen genau, wovon wir reden. Und das ist der Vorteil. Ich würde gerne die Thematik wechseln. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich die Priorisierung setze. Aber ich würde schon gerne auf die TSG Seckenheim eingehen, weil ich diesen Verein gut kenne. Dem stehst du vor als erster Vorsitzender. Und ich habe in meiner journalistischen Karriere selten einen Präsidenten erlebt, der so für seinen Verein auftritt und eintritt. Warum? Die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen. Glaube ich. Und warum macht man sowas? Ja. Also zunächst mal ist natürlich schon, liegt die Wahrscheinlichkeit in meiner Persönlichkeit. Ich kann nicht durch den Ort laufen, ohne zu reflektieren. Also mir fallen immer wieder Sachen auf und da kann ich nicht den Mund halten. Und da setze ich mich dann dafür ein. Und das ist wohl schon eine Grundkrankheit oder eine Grundeigenschaft. Und im Sportverein war es relativ einfach. Ich war ja beim TV 98, 1992. Und da hat mir einer gesagt, wir brauchen junge Leute. Verwaltungsrat, vier Sitzungen im Jahr. Mehr ist nicht. Aber wir brauchen junge Leute und so. Bei der ersten Sitzung haben wir entdeckt, dass wir damals einen Vorsitzenden haben, der nicht korrekt war. Und das hat Riesenwellen geschlagen und ich hatte plötzlich einen großen Job. Also von den viermal Sitzungen ging es da immer viermal im Monat los, bis wir das große Problem beseitigt hatten und im Griff hatten. Und damit hatte ich eigentlich meinen Job. Aber ich habe natürlich auch bei der Gelegenheit gesehen, wie wertvoll ein Verein ist. Muss man ganz klar sehen. Und ich hatte damals meinen... Der Verein war führungslos nach dem Dilemma. Und ich hatte einen alten, ehemaligen Vorstand wieder aktiviert, den Richard Möll, der leider verstorben ist. Und wir waren eigentlich nie beste Freunde, aber hervorragendes Gespann. Wir haben uns hervorragend ergänzt. Er hat die Ideen gehabt und ich musste realisieren. Und ich habe sie realisiert. Und das war respektvolles Umgehen miteinander. Das habe ich bei ihm wirklich lernen können. Und er hat mir auch gezeigt, welchen Wert eigentlich so ein Verein auch wirklich hat. Und ich habe gesehen, dass man sehr viel gestalten kann, dass man sehr viel Unheil anrichten kann, natürlich auch. Aber auch sehr, sehr viele gute Dinge. Wenn ich heute in so eine Turnstunde gehe, wo so 20 Kinder rumspringen und ihr Spaß haben, das ist doch einfach toll. Das macht mir Spaß. Und das macht Sinn. Wenn man doch heute jemanden fragt, lass mich das noch sagen. Ja, ja, gerne. Und deine Jugend. Ich denke doch, ich habe heute noch Kontakt zu Leuten. Ich war früher Schwimmer, dann damals Leichtathlet. Ich habe heute noch Kontakt zu meinen ehemaligen Sportkameraden. Aber nicht, weil wir zusammen trainiert haben. Wir haben zusammen Wettkämpfe gemacht und wir haben zusammen gefeiert. Das sind Freundschaften fürs Leben. Und so sehe ich das bei meinen Söhnen genauso. Die haben im Sport eigentlich, oder wenn sie heute von der Schule auch reden, da sind die Schullandheimen auf und halten das Wichtige. Alles andere ist ja verschwommen. Ist irgendwie vergessen. Wem sagst du das? Genau, merkst du was? Und diese Werte zu vermitteln, halte ich heute für wichtiger denn je. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite bin ich überzeugt davon, wir haben immer noch ein tolles Land in Deutschland. Immer noch. Also ich habe von diesem Land sehr, sehr viel profitiert. Ich habe studieren können. Ich habe alles Mögliche da mitgemacht. Habe hier die Firma aufbauen können und mit gebildeten Leuten. Und das sollte man eigentlich nicht unbedingt vergessen, dass wir uns auch dieses erhalten. Und wenn man aber immer noch sagt, die Jungen lassen wir laufen, da machen wir nichts damit. Dann verlieren wir eben auf die Dauer. Das ist so. Wir müssen diese Werte transportieren. Und das ist meine Überzeugung, dass ich da meinen kleinen Teil mit beitrage. Und so verstehe ich mein Firmenleben, dass ich da eben die Familien auch die Sicherheit vermittle und alles drum und da. So habe ich es immer verstanden und so machen das meine Söhne. Und so verstehe ich auch das Vereinsleben, dass man diese Werte übermittelt. Und so, das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben. Ich kenne ja den Verein gut. Und wenn man sagt, zum Beispiel in Corona-Zeiten, ein Corona-Zentrum betrieben, ein Testzentrum betrieben, andere Dinge gemacht. Und ich weiß auch, dass gerade was die Alterspalette angeht bei der TSG Seckenheim, ja bis hoch ins große Alter geht. Was ja gerade für alte Leute enorm wichtig ist. Für die ist es schön, wenn sie sich ein bisschen in der Turnstunde bewegen. Aber für die ist doch besonders das soziale Leben wichtig. Ja, absolut. Also gerade Corona-Zeit hat uns ja natürlich stark auf die Probe gestellt. Wir haben ja 1400 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die alle aktiv sind. Da gibt es ja keine passiven Mitglieder, ja. Und die waren natürlich zu Hause. Für die haben wir zuerst mal eben Videosachen gemacht und alles drum und dran, um die einigermaßen über die Runden zu kriegen. Wir haben unsere Elternmitglieder. Da haben wir ganz einige Fälle, leider Gottes, die Leute sind vereinsamt und haben den Weg in den Verein nachher nicht mehr gefunden. Und deshalb haben wir ja dieses Projekt gegründet, das WKU-Wir-Kümmern-uns-Projekt, wo wir tatsächlich ehrenamtliche Damen gefunden haben. Die müssen nicht den Vorstand berichten, die müssen nicht der Geschäftsleitung berichten. Die sind autark und die haben die Aufgabe, sich einfach um diese Mitglieder zu kümmern. Und das ist eine hervorragende Geschichte. Hat auch bewirkt, wir haben jetzt mal einen Seniorennachmittag gemacht, wieder mal. Der Hammer. Die Halle war knallevoll. Wir haben so einen Vortrag organisiert über Schockanrufe. Das sind Themen, die unsere älteren Mitbürger und unsere Freunde ja auch belasten und bedrohen. Dass wir da aufklären und dass wir eine Anlaufstelle haben. Und wir sind wahrscheinlich einer der wenigen Vereine, die wirklich eine organisierte Anlaufstelle haben für das Thema sexualisierte Gefalt. Weil bei 2600 Mitgliedern weiß man ja gar nicht, was alles in der Halle los ist. Und wenn man die Hallesituation sieht bei uns, wir haben Hallen angemietet bis Rheinaus-Süd, ist Controlling eigentlich komplett sinnlos. Wir schaffen es einfach nicht. Wir müssen uns auf unsere Übungsleiter verlassen und uns auf unsere Menschen verlassen. Dieses Thema TSG Seckenheim, zweitgrößter Verein, ich will es damit auch abschließen. Aber es ist natürlich eine Problematik, wenn ein Verein nicht wirklich eine Heimat hat. Und du kämpfst seit vielen Jahrzehnten dafür. 20 Jahre. 20 Jahre. Warum kommt da keine Bewegung rein? Ja, das wäre jetzt, das würde das Thema hier absolut sprechen. Ja, ja, schon. Das ist viel zu lange. Es gibt ganz viele Hürden dabei. Und ich möchte, es ist dünnes Eis, wenn ich jetzt hier mich ziemlich weiter bewege. Wir haben ja ein Angebot auf STEM, einen Sportpark zu errichten. Eine Autobahn von Mannheim. Wir als Verein sollen da als Bauherren auftreten und später dieses ganze Ding ja in Eigenverantwortung auch unterhalten. Und das können wir auch. Das trauen wir auch uns ohne weiteres zu. Aber was uns, nur das Thema rückt immer weiter, immer wieder mal fünf Jahre weiter. Jetzt haben wir den letzten Dämpfer, haben wir ja gekriegt, dass das aus den 24.000 geplanten Quadratmeter plötzlich nur 9.000 Quadratmeter geworden sind. Wir haben keinen Hebel, hier irgendwas zu ändern. Wir haben keine Wahl. Wir müssen das nehmen, was uns die Stadt mehr oder weniger anbietet. Es gibt sonst keine Flächen in Sektenheim und Umgebung. Also müssen wir halt lieber den Spatz in der Hand halten als die Taube auf dem Dach. Aber was ich zum Beispiel, was mir schwerfällt zu verstehen ist, dass man uns zum Beispiel nicht bestehende Hallen, wie zum Beispiel die Richard-Möll-Halle in Sektenheim oder die Friedrichsfeld-Schule, das ist eine Schwimmhalle und eine Turnhalle übereinander, in Eigenverantwortung betreibt, sodass wir die freien Stunden, die bestehen, die auch in diesen Hallen bestehen, und vor allen Dingen auch an den Wochenenden und vor allen Dingen in den Schulferien, dass wir die Hallen nicht in Eigenverantwortung bekommen. Wir können Hausmeister stellen, wir können die Putz-Organisation machen, wir können die Organisation mit den Schulen machen. Wir haben beste Verhältnisse zu den Schulen. Wir haben ja zahlreiche Schulen, unterstützen wir ja schon mit dem Sportunterricht. Da gehen wir in die Schulen und machen den Schwimmunterricht und den Sportunterricht, da, wo Mangel ist und so weiter. Wir haben ja die Mitarbeiter, die TSG hat 25 Angestellte, die zwischen Minijob und Ganztagsjob arbeiten. Wir haben auch damit eine ganz andere soziale Verantwortung. Wir haben die Personalverantwortung, die ganze Problematik, wie jedes mittelständische Unternehmen auch. Wir werden aber behandelt, als wären wir der Vorstadtverein, wo der Großvater mit 160 Mitgliedern am Rüchentisch noch verwalten könnte. Und da ist der große Unterschied, wie fasst man die Leute an? Und da würde ich mich schon wünschen, dass man uns da ein bisschen mehr in den Fokus rückt und uns mehr zutraut, weil wir haben diesen festangestellten Geschäftsführer und die Infrastruktur dafür, sowas zu machen. Das wäre so mein Wunsch, dass wir die Zeit überbrücken können, bis wir wirklich an einen Sportpaar kommen, den wir geplant haben, aber der wahrscheinlich noch fünf oder zehn Jahre. Ich hoffe, ich erlebe ihn noch. Das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe, ich erlebe ihn noch. Aber meine Kräfte reichen da nicht aus, weiter noch mehr zu bohren oder sonst was. Das geht nicht. Du kämpfst ja lange genug dafür. Ich will dieses Thema auch nicht weiter vertiefen. Wir haben oft darüber gesprochen. Ja, zum Wohl. Pallü. Jetzt kommen wir zur Kleinkunstbühne. Badischer Hof. Selkenheim. Bekanntes Haus. Und dann kommt irgendwann der Henssler und sagt, wir machen nicht nur Restaurant und holen uns einen Pächter, sondern wir machen auch noch eine Kleinkunstbühne. Auch da ist natürlich die naheliegende Frage, warum? Ich bin jeden Tag an dem Haus vorbeigefahren, am Badischen Hof, wenn ich zur Firma gefahren bin, viermal. Und das Haus ist zunehmend schlechter geworden. Also es war ja eine ehemalige Brauerei, Brauerei Pfistere. Und eines Tages habe ich aus Jux und Dollerei eigentlich mal geschrieben, wenn gehört das überhaupt, was geht denn da überhaupt. Und bin eigentlich genau zum richtigen Moment an die richtige Stelle geraten, habe den Besitzer damals die Parkbrauerei kennengelernt und habe innerhalb von drei Wochen das Haus gekauft. Und ohne, dass ich es ganz angeguckt habe. Es liegt auch an meiner Frau, weil die sich so gut begeistern kann für so neue Dinge. Und das haben wir einfach gemacht. Wir fanden das Haus toll, wir fanden die Idee toll. An Pallü haben wir überhaupt nicht gedacht, ans Theater. Erst dann haben wir kapiert, was wir uns da eingehandelt hatten. Ich dachte ja irgendwann mal, es ist vielleicht ein Renditeobjekt. Müsste, glaube ich, 150 Jahre alt werden, wenn es das dann sein soll. Aber wir haben dann in der Geschichte natürlich, wussten wir, da war schon mal eine Kleinkunstbühne drin, Rikas Brettel bis 1983. Sehr erfolgreich. Europäische Künstler sind ja durchgekommen, da war Sarah Leander auf der Bühne gestanden und alles. Nur der Saal war 18 Jahre leer und hatte natürlich auch seine Spuren, seine Verschleißspuren und so weiter. Da wollte ein Kumpel von mir heiraten und haben gesagt, ja gut, wir richten das ein bisschen hin. Dann haben wir ein bisschen hingerichtet und haben gemerkt, das geht überhaupt nicht. Komplett sanierungsnotwendig. Und dann ist der Saal eben so entstanden, wie er auch heute ist. Eigentlich ein Kleinod, wirklich ein Kleinod. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Dann war als erstes die Joanna, die ich ja heute noch toll finde. Man hat mal Blomau. Ganz toll, ganz toll, Musikerin, tolle Persönlichkeit auch. Hat den ersten Auftritt dort gemacht. Der Saal war voll. Who is Who von Seckenheim war da. Und dann habe ich noch einen Künstler. Ich meine, ob das der Chaco Haberkost war oder der Bernd Kohlheb aus Stuttgart. Und einmal, zweimal immer. Das war das Ding. Und so ist das Ding entstanden. Und das Tolle ist, der Nebeneffekt, das war mir überhaupt am Anfang gar nicht bewusst. Mich als Ingenieur, als Techniker, technisch denkend und so weiter. Die Begegnung mit den Künstlern macht mich reich. Das Paulin, das kostet Geld. Aber die Begegnung, die Erlebnisse, die wir da haben, die sind hoch, hoch interessant. Und das zeigt mir auch, wie wichtig eben auch Kultur, wenn man das mal als Kultur bezeichnen soll, kann man mit dem Business auch zusammenzubringen, wie wichtig das ist. Und so ist das uns ans Herz gewachsen. Wir machen das jetzt seit dem 23. Jahr. Wir haben unzählige tolle Künstler kennengelernt. Wir haben manche Künstler, die am Anfang bei uns gespielt haben. Die spielen heute nicht mehr, weil sie große Bühnen spielen können. Tolle Karrieren verfolgen können. Auch raufwärts und runterwärts. Und sind auch bekannt in der Branche inzwischen. Ich kenne zahlreiche Agenturen und natürlich noch mehr Künstler. Es macht einfach Spaß. Es reißt uns wieder mal aus dem Alltag. Und ein Palüabend ist für uns ein Erlebnis fertig aus. Und wir haben da eine besondere Situation auch geschaffen in dem Theater, was unsere Gäste offensichtlich schätzen. Nur jetzt nach der Pandemie hat sich das Ganze alles ein bisschen verlangsamt. Wir waren in der glücklichen Situation, dass unser Kartenvorverkauf als eine halbe Stunde fürs ganze Jahr gedauert hat. Wir machen nicht so viele Veranstaltungen, da muss ich dazu sagen. Aber doch, wenn wir zehn Veranstaltungen im Jahr haben, waren es halt doch 1.400 Karten, die innerhalb von einer halben Stunde verkauft waren. Und das hat sich verlangt. Es gibt in der Tat noch für 2024, für drei Veranstaltungen noch Karten. Das ist nicht so, dass die Künstler da schlecht sind, sondern das sind ganz neue Künstler, die noch nie in Mannheim waren, auch nie in der Umgebung hier waren, die wir auf der Künstlerbörse in Freiburg, beziehungsweise jetzt dieses Jahr in Wiesbaden, kennengelernt haben und engagiert haben. Meine letzte Frage an dich, Andreas, weil du hattest ja explizit auch am Anfang erwähnt, in Stuttgart geboren, im Schwarzwald gelebt und dann in Kurpfälzer geworden. Bist du ein richtiger Kurpfälzer? Ich denke, inzwischen schon. Also ich, wir wollten ja nur, nach dem Studium wollte ich drei Jahre hierbleiben. Ich hatte meine erste Aufgabe bei Fuchs Petrolup, ein traumhaftes Unternehmen. Ich schwere mich heute noch davon. und dann wollte meine ich weg, bald möglichst wieder. Weil ich stand schon immer, die Selbstständigkeit in irgendeiner Form stand schon immer bei mir auf dem Plan. Aber wenn man, es gibt ein schönes Lied von Chris Cosmo, der singt das in Mannheim weit man zweimal. Einmal, wenn man kommt, einmal, wenn man geht. Das Kommen war ziemlich ernüchternd, als wir hier angefangen haben. Aber heute, es ist hier ein tolles Leben. Es ist, wir haben alles, was das Herz begehrt. Wir haben mit dem Odenwald, mit dem Pfälzerwald, mit dem Multikulti-Situation in Mannheim, ist für mich hervorragend, ja. In Seckenheim zu wohnen, ist auch sehr schön, ja. Also ich kann da, und was die Firma anbelangt, wir haben hier alle Facilities, die wir brauchen, um ein Unternehmen auch aufzubauen. Und da, ich beobachte ziemlich stark die Gründerszene, ich war ja, bin hier auf dem Institut für Mittelstandsforschung ein bisschen liiert. Und da wird die Gründerszene auch ein bisschen wissenschaftlich unterstützt. Es ist hochinteressant, ja. Und diesen Zugang zu haben, ist für mich einfach nur perfekt. Deshalb denke ich schon, ich bin ein Kurpfälzer geworden. Wenn man manchmal auch noch merkt, dass ich ein Alemanne bin. Ja, man hört es ein Stück weit raus. Also, ich könnte jetzt viel zusammenfassen, was wir jetzt besprochen haben in der letzten halben Stunde. Was ich, und da haben wir uns ja kennengelernt vor vielen Jahrzehnten, was ich dir wünsche, ist, dass dieser Sportpark entsteht irgendwann. Weil dein Kampf dafür ist groß, war groß, ist groß. Alles Gute dafür, alles Gute für die nächsten Jahre. Bleib gesund und danke für den Besuch. Ich danke dir vielmals. Ja, okay. Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de Bis zum nächsten Mal.